Hallo, herzlich willkommen zu meinem kleinen Filmchen wieder einmal. Mein Name ist Lukas Wilkmann und ich bin langjähriger Sennschüler von Ko-Un-Roshi Willigis Jäger und Sennlehrer der Sennlinie Leere Wolke. Heute möchte ich hinweisen und vorstellen mein neues Werk, meine neue CD, die heißt Wachsenn. Und da ich viele, viele Jahre schon durch mein Dasein als Yoga-Lehrer Erfahrung habe mit der Tiefenentspannung des Yoga, dem Yoga Nidra und auch eine entsprechende CD schon rausgegeben habe, habe ich mir gedacht, das gilt es doch einmal zu kombinieren, nämlich Tiefenentspannung und das Aufnehmen von Senn-Texten, die gerne in Kursen rezitiert werden. Wie zum Beispiel auf dieser CD On-Senn oder Über-Senn von Dayo Kokushi oder auch das Herz Sutra, das ist auch auf Japanisch darauf, sowie das Bekenntnis von meinem Meister Willigis Jäger, aber auch der Ochs und sein Hirt, die sogenannten Zehn-Ochsen-Bilder. Also viele verschiedene Texte, die man sich selbst am Computer oder mit der Playlist auf dem Smartphone zusammenstellen kann. Und vorweg ist in jedem Fall immer wichtig, die Tiefenentspannung, die circa eine halbe Stunde dauert, mit der man sich in eine bewusste, unbewusste Ebene reinbringt, um diese Texte besser aufnehmen zu können, damit sie in der Tiefe wirken und nicht nur hier oben von der Ratio. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch darauf den Zen-Nachtspruch, der in jedem Zen-Kloster zum Abend gesprochen wird. Wichtig ist einfach zu wissen, hier ist eine Form der Entspannung, die ich im Liegen und auch im Sitzen durchführen kann als Meditation, um die Texte besser zu verinnerlichen. Einfach mal ausprobieren und gerne auch Rückmeldungen. Vielen Dank. Wachsenn ist erschienen im Auszeitverlag. Bis dahin.